Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Za Amar in Nazmir an dieser Position. Als Hauptlord bin ich von diesem Flugpunkt aus hier gestartet. Man kann natürlich zum Beispiel als Allianzlord auch von diesem Flugpunkt hier starten, denn sie durch die Quicks Kampagne hat und hier entlang laufen oder sogar von hier. Völlig egal. Man kommt über mehrere Wege hier hin. Bewege mich nun Richtung Weltquest Mob. Hier links halten und hier gleich nach unten und nicht da außen rum. Da könnte man natürlich auch entlang laufen, aber man muss sowieso nach unten, da man in diese Grube hier muss. Gruft, Grube, Höhle, wie auch immer. Mache hier auch die Map auf. Hier bin ich. Und da unten sieht man schon den Mob, den man für die Weltquest töten muss. Aktuell habe ich ein Item Level von 341. Sollte diesen Mob alleine schaffen. Mhm. Das Schild. Einfach hinter mir laufen. Der Stoß macht an mir anscheinend gar keinen Schaden. Wie man sieht hat er nur ein bisschen viel Leben. Wirklich viel Schaden macht er nicht, finde ich. Höhle viel Korb. Guck mal. Da steht auch nichts an mir. Hell, ich bin öffentlich. Sieht alles ganz einfach aus, ich weiß nicht wie es euch geht oder wie ihr was findet. Damit ist die Weltquest abgeschlossen. Ich laufe noch hinaus und mache noch mal die Map auf. So, danke fürs zuschauen, hoffe mein Video hat euch geholfen, ciao.